Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach Ruined Oh mein Gott, dieses Mal ein bisschen schneller gesagt Letzte Folge, ist zwei Wochen her, scheiße Wir wurden gejagt, das Auto kam angeflogen von da hinten Jetzt sind wir wieder hier Okay, stimmt ja Wenn du deinen Freund retten möchtest, musst du die übrigen Sicherheitsknoten bei Bonnie Bowl und die... Ah, scheiße, auch nicht Ein Wenn, wenn wir da nicht wieder zusammenbrechen Gehen wir mit oder ohne Maske nach oben? Ohne Wir brauchen hier den Kick Aber nicht die Streaming-Plattform Wir haben schlussendlich ja beide jetzt den neuen FNAF-Film gesehen Ich hab'n Bombastisch gefunden Ich auch Also ich freu mich schon auf die Fortsetzung Okay, ich glaub Mitte 25 geht die Fortsetzung erst weiter Aber ja Ah, ein Geschenk Fast Token Wo kommen wir hier hin? Ich hab's ein Geschenk Und es ist FOMIC PAID 1 Okay, das ist in dem Fall nicht... Es hat keine Reihenfolge auf jeden Fall Bowling, oh Das sieht ja schon mal gut aus Das ist Baby hier Schön für dich Okay Ist ja die Frage, wie ist das logisch? Wie kann das logisch sein? Oh yeah, oh no Was? Ich hab doch mal von einer Legende erzählt Diese Legende, die durch die Schächte kriegt Exakt Ah cool Man hört da die ganze Zeit irgendetwas Rollt an links Ey, ich hab versucht mein Surround Sun zu reparieren, aber... Nein, das geht nicht Ich weiss nicht, was es ist Ich weiss es nicht Okay Eins, zwei... Es sind vier Warte, wo bewegt sich was? Ich höre was Wo links, rechts? Von da vorne, wo du jetzt hin zeigst Irgendwo Ich seh die nirgends Jetzt rechts von dir Der? Das ist der, der klingt Hinter der Wand oder so What is going on here? BÄF Wir wissen, was sie machen Wir wissen, was sie machen Der ist klein, der kann ja nicht so viel machen Ja, denkst du, Junge Scheiße Bro Okay, wir gehen nicht da durch Ach, dick Egal Wo ist das? Oh, voll geil Das ist da, wo ich hinlaufen möchte Das ist da, hinter dieser Mauer Oh mein Gott Ich wollte machen, dass sie weglaufen von mir, weisst du Und ich dachte, komm mit E aus der Kamera raus Okay, mit Escape gehe ich raus Hello there Uuuuch Ah, der hat ein bisschen Verspätung gehabt Okay, die gehen von da wieder weg Ja, nach einer gewissen Zeit, ja Was? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh mein Gott Replay Hier ist die Toilette Neben dran sind die Dann geht's hier hin Gregory Wie die alle springen Äh, da war gerade Die latschen da rum, Jamie Oh Mann, ich hasse es, dass du keinen Surround-Sound hast Gerade links von dir Ja, da Ich höre sauviele von denen Das ist mein Nutzen hier in Diesem Let's Play Ich sage dir, wo genau die Geräusche herkommen Ich bin dein Surround-Sound Wieso haben wir jetzt eigentlich kein Licht mehr? Ich hab's Gittich Äh Das ist ja voll schwer Einer ist ganz nah Vielleicht müssen wir auch einfach durchrennen Hier sieht es so aus, als wären wir richtig Vielleicht bringt es das was Die Korn, glaub ich Oh nein, der spinnt da Bonny Bowl Was ich gerade schwer finde Bei diesem Level ist Ich weiss nicht, was das Ziel ist Ja, du musst ja diese Gegenstelle wieder deaktivieren Ah, stimmt Deswegen sind wir hierhin gekommen Da würde ich nicht hingehen Oh, ähm So schlau, so dumm, ist hier Da, Wandtür Also sie sind nicht da vorne Oh mein Alter Das wär's mit Facecam lustig gewesen Alle vier gehen hier raus Okay, wir gehen zuerst zu dem da vorne Der ist im WC anscheinend Schau zuerst nach, ob's wirklich da reingeht Aber ich kann jetzt Es sind alle da vorne Und ich muss da hin Dann schicke ich sie jetzt alle hier runter The DJ Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie Also schau, wir laufen hier durch Und dann hier runter Und da sind die jetzt gerade Dann schicken wir sie hier hoch Wir hoffen, dass alle mitlatschen Der läuft weg Warte, der fehlt noch Ja, der war noch nicht wach So, und jetzt sollen sie nach hier unten Dass ich da oben alleine bin Jetzt zuerst schauen, wo's hingeht Zuerst schauen, wo's hingeht Dann können wir den abschliessen Oh, hier, kriegen wir den Kriegen wir den Checkpoint wahrscheinlich Dann ist egal, ob wir sterben oder nicht Perfekt Okay Ah, hast du jetzt die irgendwie deaktiviert? Die sind jetzt da vorne im Gang Wenn du jetzt nach rechts schaust Da vorne im Gang sind die jetzt irgendwo Drei rote gehen jetzt hier durch Ich nehme zuerst den hier unten Wo ist der? Achtung, da vorne sind sie jetzt wieder am umlatschen Warte, hier links Oh Gott Schnell, schnell, schnell Oh Scheiße Ich glaube, für die ist die Audio wichtiger Wo ging das Kabel hin? Warte, wo ging das Kabel hin? Hier durch? Ist das das Kabel? Das hier, ja Warte, schauen, ob's speichert Bitte speichert Ich finde das ist das schwerste Level bis jetzt Ja doch, es hat was ja Es hat seine Ansprüche Kannst du die jetzt aktivieren? Was, ich möchte sie ja nicht aktivieren Hier läuft Musik Oh yes Man Hast du das ein Checkpoint gegeben? Nein Doch Imagine, keine Checkpoints Nein, es hat hier auch welche von denen Aber wo sind die hier? Da Ah, ganz hinten im Eck Schick sie hier hin Die laufen jetzt hier durch Die sind hier dann Ah, ich kann sie hier hin schicken Und dann schnell weglaufen Sie laufen jetzt hier durch Und ich muss mich dann hier hin stellen Währenddem die dann Wie sie von hier kommen Ich frage es, wo kommen sie her? Weil wenn du schaust Es gibt hier zwei Wege Entweder hier durch Oder hier durch Aber von wo kommen sie? Kommen sie von hier Oder von da? Ah, ich sehe sie Wenn sie loslaufen Wenn sie nach links loslaufen Dann gehe ich nicht hier durch Gregory, are you there? Ich beide Bodenlos Bodenlos Oh Gott Habe ich mich gerade erschrocken Dass sie von da kommen Das ist wirklich gerade bodenlos gewesen Geht dieses Teil überhaupt hier durch? Nein, ich meine es nicht Ah Ja Nicht immer so feierlich, Jamie Digga Da hinten hat es wieder so einen Breaker Wegen der Maske Da kann ich wieder nicht anziehen Da ist diese Tür Ja, ja Hier ist ein Panel Ich möchte wegen dem Kabel schauen Ja, es geht hier rein Das heißt, wir müssen zuerst wieder Dass wir die Maske anziehen können Das müssen wir zuerst wieder machen Okay, wenn sie wieder an uns einfach vorbeilaufen Dann ist es egal Das ist jetzt die Risk Sache Aber weisst du, Cedric No Risk, no Fun Okay Ja, komm Du musst doch die nicht Okay, sie laufen nicht einfach an mir vorbei Aha, hast du das jetzt nicht extra gemacht? Nö Ja, ja gut, ne? Okay, ich knowe, was ich jetzt machen muss Es wird aber interessant Das sage ich dir jetzt schon Die sind da vorne Ich schicke sie hier hin Aber ich renne jetzt weg Und zwar hier durch Dann hier wieder rein Wo sind sie? Wir sind deaktiviert Also ist okay Ich war zu langsam Gehen die da zurück Sind noch gar nicht alle weg Also und zwar Rufe ich Was war das? Bin reingegangen Wurde ich rausgekriegt Ich nehme die alle hier hin Dieses Mal schaue ich aber nicht Wegen diesen Teil an Sondern läuft direkt durch Gott safe Kommt da noch irgendein kleiner Von der Seite Nein, nein, rennen Oh nein War da hinten jetzt noch so ein Teil gewesen Zum deaktivieren Das kann gut sein Fuck Ja komm, dann machen wir das hinten nochmal Ja, 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 ja Hey, warte, wo ist der jetzt? Ah, hier ist er Ja, komm Okay, wir haben alle vier Jetzt einfach zurück Gehe ich links oder rechts Ich glaube, die sind wieder alle zurück Dahin gegangen Wo sie gespawnt sind am Anfang Das heisst, ich gehe rechts Oh mein Gott Das war wirklich der letzte Ja, okay, es waren nur vier Oh fuck Der muss hier durch Der muss hier durch Das sind einfach schon mal die Die feststehenden Okay, die sind jetzt einfach Aber vielleicht hat man mal die Maske Aufzieht erst etwas Ja, hier ist der Vorhang auf So, es hat jetzt gespeichert Und da es gespeichert hat Hat es gespeichert Wenn ich höre was Jamie, hörst du das auch? Von da hinten? Ja, genau Ich habe Oh mein Gott Oh shit Not good Oh